Eine gute Ausbildung ist der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit. Daher bietet die Lehrlingsoffensive von AMS, Land Niederösterreich und Sozialpartnern 4.800 Plätze für junge Menschen. Das Angebot reicht von überbetrieblicher Lehre bis hin zu Jugendbildungszentren. Seit 2019 haben wir 25.000 junge Menschen mittels der Jugendstrategie in den Maßnahmen begleitet, unterstützt und geholfen. Und fast zwei Drittel der Absolventinnen haben in den ersten drei Monaten nach Teilnahmeende entweder in ein Lehrverhältnis begonnen oder haben einen Job. Seit Anfang September besteht für 20 junge Menschen mit Behinderung oder eingeschränkter Leistungsfähigkeit auch die Möglichkeit, eine Lehre light in Form einer Teilqualifizierung zu absolvieren. Jeder Mensch hat Stärken, jeder Mensch hat seine Bestimmung und ich bin davon ganz überzeugt, dass in diesen Programmen die Menschen und die Jugendlichen so weit betreut werden, dass wir diese Stärken gut herausarbeiten können und ihnen gut auf den Weg helfen können. Wir wollen den jungen Menschen und auch den Eltern viel stärker auch bekannt machen, welch umfangreiches Spektrum an verschiedensten Ausbildungen es gibt und dass es eben bis zu 200 verschiedene Facharbeiterausbildungen gibt. Und das ist uns ein großes Anliegen. Und daher will man auch weiter stark auf das Thema Berufsorientierung setzen und so dazu beitragen, dass möglichst alle Jugendlichen den für sie passenden Job finden.